Hallo Manuel. Hallo Jonas. Willkommen zurück zu unserer zweiten Folge der Einstiegsreihe. Heute besprechen wir nämlich mal etwas, die Gründe, warum wir uns mit Bitcoin beschäftigen sollten. Denn in der ersten Folge haben wir uns angeschaut, was ist Bitcoin überhaupt. Wir haben uns die Grundlagen angeschaut, also einen kleinen Überblick bekommen haben, was denn Bitcoin überhaupt ist. Weil für die meisten wahrscheinlich Bitcoin immer noch so ein Mythos darstellt. Und da haben wir uns so ein bisschen angeschaut, was denn Bitcoin überhaupt darstellt. Heute schauen wir uns an, weil wir gesehen haben, das Thema Bitcoin ist sehr komplex. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum sollte man sich damit beschäftigen? Deswegen stellen wir uns heute die Frage, wozu benötigen wir denn Bitcoin? Und das hast du ja uns ein paar Punkte zusammengestellt und deswegen möchte ich gleich an dich weitergeben. Warum sollten wir uns mit Bitcoin beschäftigen? Genau, ist eine spannende Frage und ähnlich schwierig zu beantworten wie die Frage, was ist Bitcoin eigentlich? Wir haben diese Folge so aufgebaut, dass wir am Anfang die Gründe nennen, die relativ offensichtlich sind, die auch in gewisser Form egoistisch sind, vom Egoismus geprägt sind und in den weiteren Gründen, wozu Bitcoin eigentlich da ist, kommen wir dann immer weiter zu Gründen, die erst mit der Zeit aufkommen. Also die bemerkt man erst, die stellt man erst fest, wenn man sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigt hat. Und wie gesagt, wir fangen mal an mit relativ platten, mit relativ offensichtlichen Gründen, weil wir alle, die sich schon etwas länger mit Bitcoin befassen, wissen natürlich, die beste Werbung für Bitcoin ist der Preis. Wenn der Preis nach oben geht, sind die Leute da, dann kommt es möglicherweise in der Tagesschau, kommt in allen möglichen Medien. Der Preis ist einfach das, was interessant ist für die Leute, auch gar kein Vorwurf an der Stelle. Deshalb fangen wir mit genau diesem Punkt an. Preis beziehungsweise ja im Kontext Kapitalanlage, was bietet Bitcoin? Genau, Kapitalanlage. Warum macht man das Ganze? Im Endeffekt ist es relativ banal. Die Kaufkraft letztlich meines Geldes soll steigen über Zeit. Das heißt, ich habe heute einen Euro und im Idealfall habe ich am Ende des Jahres etwas mehr. Ja, möglicherweise habe ich auch das Ziel von diesen Erträgen, die die Kapitalanlage abwirft, zu leben. Stichwort passives Einkommen, liest man ja auch verhältnismäßig häufig. Und klassischerweise, wir wissen natürlich, es gibt unfassbar viele Kapitalanlageformen. Gibt es eben beispielsweise Aktien oder Immobilien, Gold, Versicherungen. Wir wollen es für diese Folge, in der es ja um Bitcoin gehen soll, nicht zu kompliziert machen und uns hauptsächlich auf Aktien konzentrieren. Und bei Aktien ist es eben so, dass diese vor Steuer und Inflation, zur Inflation kommen wir gleich nochmal, ungefähr 7% pro Jahr Rendite erzielen. Das heißt, wenn ich 1000 Euro investiere, habe ich nach einem Jahr, wie gesagt, vor Steuer und Inflation 1070 Euro, 7%. Für diejenigen, für die Gold noch interessant sein, sollte auch nochmal eine Zahl, die ist ungefähr in der gleichen Größenordnung. Die durchschnittliche Jahresrendite von Gold vor Inflation und vor Steuer lag in den Jahren 1970 bis 2020 bei 6,45%. Steuern ist ein wesentlicher Aspekt bei der ganzen Sache. Wir müssen dazu sagen, wir sind keine Steuerberater, aber unseres Wissens fallen auf Gewinne bei Aktien. Insbesondere, wenn man in Form von Aktien ETFs investiert, also sich beispielsweise so einen Blumenstrauß an Aktien zusammenstellen lässt oder einfach diesen Blumenstrauß fertig kauft, 25% Kapitalertragssteuer an, zuzüglich Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer. Feinheiten lassen wir bewusst außer Acht, beziehungsweise klammern wir jetzt mal aus, weil uns geht es eben um das große Ganze. Das heißt, wir ignorieren jetzt mal Steuerfreibeträge und wir ignorieren auch mögliche Unterschiede bei ausschüttenden, beziehungsweise tesaurierenden ETFs. Das heißt, mit diesen Rahmenbedingungen 7% Rendite pro Jahr hätten wir eben nach einem Jahr aus 1000 Euro 1070 Euro gemacht. Und davon geht, wie gesagt, jetzt die Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer ab. Und unter dem Strich hätten wir da nicht 70 Euro Rendite, sondern netto bei uns rund 50 Euro. Das heißt, es ist schon ein erheblicher Betrag, der da insgesamt eben abgezogen wird. Und jetzt stellt sich eben die Frage, gut, mag ja alles sein, aber wie ist es bei Bitcoin? Und bei Bitcoin ist es so, wenn wir uns die durchschnittliche Jahresrendite Bitcoins anschauen, auch vor Steuer und Inflation, sind wir, was die Jahre 2011 bis 2023 angeht, bei einer durchschnittlichen Jahresrendite von 149%. Und hier müssen wir jetzt nicht lang rumrechnen, 7% zu 149% ist natürlich eine deutliche Diskrepanz. Also die Mehrrendite, die Bitcoin liefert, ist gewaltig. Aber Achtung, aus der Vergangenheit kann ich selbstverständlich nicht auf die Zukunft schließen. Das gilt genauso für Aktien wie auch für Bitcoin. Und die Rendite ist immer die Belohnung für das Tragen eines Risikos. Also ohne Risiko gibt es eben keine hohe Rendite. Und Bitcoin, das gehört zur Wahrheit einfach dazu, ist hochvolatil. Also es kann immer mal wieder zu Kursrücksetzern von um die 80% kommen. Vollkommen normal. Auch kann es zu Kurssprüngen um mehrere 100% kommen. Das ist auch vollkommen normal. Das gab es in der Vergangenheit. Wird es auch in der Zukunft geben. Möglicherweise nicht mehr ganz so stark ausgeprägt. Aber die Schwankung ist mit klassischen Kapitalanlagen nicht vergleichbar. Und das muss man eben wissen, wenn man sein Geld in Bitcoin investieren möchte. Der letzte Punkt im Kontext Kapitalanlage, Steuern. Bei Bitcoin ist es so, und das ist relativ ungewöhnlich, sage ich mal, für Deutschland. Wenn wir Bitcoin ein Jahr lang gehalten haben, dann sind die Gewinne steuerfrei. Aber je nachdem, wann ihr dieses Video schaut, versichert euch dann nochmal bei eurem Steuerberater, dass es nach wie vor so ist. Genau. Ich glaube, die Kapitalanlage, wie du gesagt hast, ist für die meisten wirklich so der Anfangspunkt und der Ankerpunkt. Weil ja trotzdem auch bei uns, glaube ich, so die bekannten Freunde, die dann zu einem kommen und sagen, hey, Bitcoin ist wieder gestiegen, hat sich verdoppelt. Dann interessiert man sich dafür. Und das finde ich auch gar nicht schlimm. Aber das Schöne dabei ist, wir kommen ja, glaube ich, dann später darauf, dass viele diesen Preis haben. Und danach gibt es noch weitere Abstufungen, warum Bitcoin eigentlich hängen bleibt. Zu dem Thema Steuern vielleicht noch, wir müssen dazu sagen, das gilt ja wirklich nur in Deutschland. Weil Österreich, Schweiz ist es nochmal anders. Das heißt, schaut da, wenn ihr aus Österreich oder in der Schweiz kommt und dort lebt oder auch in anderen europäischen Ländern, auch wo auch immer auf dieser Welt, schaut bitte nochmal explizit nach, wie da Bitcoin behandelt wird. Weil es ist bei den Ländern derzeit immer noch so, dass es unterschiedlich angesehen wird. Und deshalb schaut da bitte nochmal nach und wie du ja gesagt hast, wir sind keine Steuerberater. Aber in Deutschland ist es eben der Fall, was echt interessant ist und was natürlich für jemanden, der Bitcoin längerfristig hält, uns verkaufen möchte. Natürlich ziemlich positiv ist und ja, das ist ja ganz interessant dann auf jeden Fall. Genau. Ist auch absolut nicht verwerflich, dass man erstmal den Preis sieht und die Rendite im Kopf hat. Das war bei uns ganz genauso. Wir haben uns eben im Kontext Altersvorsorge eben mit Aktien und ETFs auseinandergesetzt und kamen dann auf Bitcoin. Sind dann aber aus anderen Gründen geblieben, zu denen wir dann im weiteren Verlauf dieser Folge noch kommen werden. Denn den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Schutz vor Inflation. Also ist Bitcoin ein Inflationsschutz? Und im Endeffekt muss man erstmal schauen, was bedeutet denn eigentlich Inflation? Ich bin mir sicher, jeder hat den Begriff schon mal gehört. Jeder hat auch schon mal diese zwei Prozent gehört. Aber was ist es denn eigentlich? Was bedeutet Inflation? Und letztlich bietet es sich ja an, wenn wir diesbezüglich einmal auf die Homepage der EZB gehen, also der Europäischen Zentralbank. Weil die EZB ist ja letztlich diejenige, die für den Euro verantwortlich ist. Und wenn wir da eben schauen, was die EZB zur Inflation sagt, stellen wir eben fest, dass es letztlich, stark verkürzt dargestellt, ein allgemeiner Anstieg des Preisniveaus ist. Also wenn die Güter allgemein unter dem Strich im Querschnitt im Preis steigen, dann haben wir Inflation. Wenn einzelne Güter steigen, ist es noch keine Inflation. Außerdem versucht die EZB die Inflationsrate, wie gesagt zwei Prozent, haben schon vermutlich die meisten gehört, mittelfristig bei zwei Prozent zu halten. Da diese zwei Prozent nach Auffassung des EZB-Rats eben das Preisniveau sind, das Inflationsniveau sind, in dem die Preisstabilität am besten gewährleistet werden kann. Diese Information hat man letztlich relativ schnell. Ich möchte jetzt auch gar nicht groß im Detail darauf eingehen, sondern nur ein paar weniger Anmerkungen eben euch mit auf den Weg geben. Dieses Inflationsziel von zwei Prozent scheint einerseits in Stein gemeißelt zu sein und zum anderen wurde dieses Inflationsziel schon zweimal angepasst, beziehungsweise etwas wohlwollender formuliert zweimal konkretisiert. Ursprünglich lag dieses Inflationsziel nämlich schlicht bei unter zwei Prozent. Es wurde dann angepasst auf unter, aber nahe zwei Prozent, also schon mal etwas näher ran an die zwei Prozent. Und mittlerweile sind wir bei mittelfristig zwei Prozent. Das heißt, es kann auch mal sein, dass die Inflation oberhalb dieser zwei Prozent ist, die Inflationsrate darüber liegt. Es ist aber, was das Inflationsziel angeht, nicht schlimm, solange wir eben mittelfristig die zwei Prozent haben. Das heißt, wenn wir Phasen haben, in denen wir darunter liegen, passt es eben ins Bild, entspricht dem Ziel, das sich die EZB gesetzt hat. Außerdem ist noch ganz interessant, wie wird die Inflation eigentlich bemessen? Und das ist eben dieser durchschnittliche Warenkorb, der dafür relevant ist. Der setzt sich zusammen aus verschiedensten Gütern und die Zusammensetzung dieser Güter kann sich auch ändern. Außerdem werden die Güter unterschiedlich gewichtet. Das heißt, die persönliche Inflationsrate hat teilweise nichts mit der gemessenen Inflationsrate zu tun. Ganz einfach deshalb, weil ihr möglicherweise vermehrt Güter kauft, die gemessen an dem durchschnittlichen Warenkorb eben unterrepräsentiert sind. Oder eben umgekehrt. Also das ist die Ursache dafür, dass eure persönliche Inflationsrate eben von der offiziellen Inflationsrate abweicht. Wir haben jetzt gerade einfach die Definition der EZB letztlich genommen hinsichtlich Inflation. Aber man kann Inflation auch anders definieren. Wie gesagt, wir möchten nicht ins Detail gehen. Aber nach anderer Auffassung ist diese Teuerung Ausfluss der Geldmengenausweitung. Und das Wort Inflation kommt vom lateinischen Wort Inflatio, was so viel heißt wie Aufblähen. Das heißt, wenn man den Wort Ursprung nimmt, sind wir hier möglicherweise eher an dem Ursprungsgedanke hinsichtlich der Frage, was ist Inflation? So oder so reduziert sich die Kaufkraft des Geldes. Und Folgendes ist besonders wichtig. Die Inflation ist nicht erst seit kurzem da, auch wenn wir sie erst seit kurzem relativ omnipräsent in den Medien wahrnehmen können. Die Inflationsrate von mittelfristig zwei Prozent ist eben systemimmanent. Also das Eurosystem ist darauf angelegt und so konzipiert, dass wir eben diese zwei Prozent Inflation haben. Für mich, für uns passt es nicht zu 100 Prozent zu dem angestrebten Ziel der EZB von Preisstabilität. Aber hierzu könnt ihr euch gerne unsere Folge 186 anhören. Da haben wir darüber besprochen. Zwei Prozent ist jetzt natürlich nicht die Welt. Könnte man sagen, zwei Prozent ist nicht viel. Hat man relativ einfach wieder ausgeglichen. Und wenn ich beispielsweise im Tarifvertrag beschäftigt bin, bekomme ich eine gewisse Form von Inflationsausgleich. Das gleiche im Beamtenverhältnis. Zwei Prozent sind nicht viel. Ob ich ein Euro zahle oder ein Euro zwei, macht ja nichts, oder? So scheint es. Aber schon nach 35 Jahren, nach 35 Jahren reduziert sich die Kaufkraft um 50 Prozent. Das heißt, das, was ich mir heute für 1000 Euro kaufen kann, kann ich mir in Zukunft nach 35 Jahren eben nur noch für 2000 Euro kaufen. Oder umgekehrt, ich bekomme in 35 Jahren nur noch Güter, die ich heute für 500 Euro bekomme, obwohl ich meine 1000 Euro dafür aufwenden möchte. Also es ist schon gewaltig und das Ganze eben nur bei zwei Prozent. Wenn wir eine höhere Inflation ansetzen würden, beispielsweise drei Prozent, dann würde sich der Betrag schon auf 355 Euro reduzieren. Das heißt, aus meinen 1000 Euro bei drei Prozent Inflation werden nach 35 Jahren 355 Euro. Und das ist schon was. Da lohnt es sich, finde ich, ein, zwei Gedanken darüber zu verlieren. Und nochmal, das ist kein Fehler, sondern so angelegt, weil eben dieses Ziel von mittelfristig zwei Prozent für Bürger und Wirtschaft am besten sein sollen. Okay, und jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, was schützt denn vor Inflation, gibt es im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Entweder diese Überrendite, über die haben wir ja gesprochen, 149 Prozent bei Bitcoin pro Jahr durchschnittlich. Oder man investiert bzw. spart in ein Gut, das selbst eine niedrigere Inflationsrate aufweist, als eben diese zwei Prozent. Und ihr ahnt es schon, wir kommen jetzt auf Bitcoin zu sprechen. Bitcoin ist, wie Jonas es ganz richtig gesagt hat, auf 21 Millionen Stück begrenzt und folgt einem festen Ausgabeplan. Und die Inflationsrate Bitcoins liegt aktuell bei ungefähr 1,74 Prozent und reduziert sich bereits im Frühjahr des kommenden Jahres auf unter 1 Prozent. Das heißt, Bitcoin hat eben keinen inflationären, sondern einen deflationären Charakter. Und Bitcoin bietet so gesehen einen doppelten Schutz vor Inflation. Zum einen aus Investmentsicht, wie gesagt 149 Prozent. Zum anderen aber auch aus Gesichtspunkten, die eben dem Bitcoin-System selbst anhaften. Einfach nur nochmal gegenübergestellt, das Eurosystem mittelfristig 2 Prozent Inflation und Bitcoin bereits nächstes Jahr unter 1 Prozent Inflation. Und nur noch als kleiner Gedankenanstoß, auch wenn uns beide das in gewisser Form ärgert, ist es natürlich so, dass es uns sehr gut geht. Uns wie allen in Deutschland und Europa, allen im Westen. Wir leben in einem Währungssystem, das relativ stabil ist. Wir haben keine Inflationsraten im zweistelligen Prozentbereich und wir können mit unserem Geld trotz der genannten Gründe oder Mekel relativ gut arbeiten. Das ist aber bei Weitem nicht so für alle Menschen der Welt, bei Weitem nicht so in allen Teilen der Welt. Und auch diese Menschen können Bitcoin nutzen. Und bevor wir jetzt weiterspringen, Ronas, möchtest du noch was ergänzen? Nee, erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung bei dem Inflationsthema. Ich glaube, zwei Punkte habe ich im Kopf. Erstens ist es wirklich sehr wichtig, dass man nicht nur den Preis anschaut, sondern wie du gemeint hattest, der zweite Abschluss oder zweite Absicherung besser gesagt, ist ja, dass Bitcoin eben weniger inflationiert als andere Güter zum Beispiel. Und das ist ja ganz spannend, weil dadurch hast du ja wirklich diesen Inflationsschutz dagegen, dass Bitcoin eben nicht mehr hergestellt werden kann. Deshalb bleibt es bei diesem bald jetzt unter einem Prozent. Und dadurch schützt du dich ja nochmal dadurch, weil du sagst, ich speichere mein Geld, ich speichere meine Werte, die ich irgendwie erschaffen habe, in etwas, was von außen vor allem, wie du ja auch beschrieben hast, die EZB gibt ja diese zwei Prozent vor. Das sind also Personen, die das vorgeben. Beim Bitcoin ist es genau andersrum, wie ich es in der ersten Folge auch gesagt hatte. Bei Bitcoin vertrauen wir eher diesem Code, diesen Spielregeln, die schon vorgegeben sind. Und da darf sich ja eben jeder selber entscheiden, wem möchte ich meinen Wert anvertrauen, besser gesagt. Und das andere ist, natürlich werden jetzt einige sagen, ja, das Inflationsthema zwei Prozent, das ist doch wichtig. Und das ist ja richtig, damit eben, wie du gesagt hast, die Wirtschaft auch im Gleichgewicht gehalten wird. Da müssen wir natürlich sagen, da gibt es unterschiedlich ansichtende Ökonomen. Da gibt es die eine Ecke, die sagt, das brauchen wir auf jeden Fall. Dann gibt es die andere Ecke, die sagt, die brauchen wir überhaupt nicht. Wir beide sind eher der Meinung, dass wir sagen, diese zwei Prozent sind sehr interessant aufgrund dieser Kaufkrafthalbierung nach 35 Jahren. Aber da müsste man jetzt auch noch tiefer ins Thema einsteigen. Aber das wollen wir heute mal erstmal weglassen. Da gibt es natürlich andere Diskussionen noch darum, ob das wirklich gut ist oder schlecht ist. Aber da geht es eher weg von Bitcoin, sondern geht es eher wirklich in die Wirtschaftsökonomie, was besser ist. Aber ich glaube, die zwei Punkte waren schon richtig interessant, um zu sehen, dass da ein bisschen mehr dahinter steckt, als nur der Preis, vor allem beim Thema Inflationsschutz. Und jetzt können wir uns ja, glaube ich, angucken, was denn bei Bitcoin nochmal so besonders ist. Genau, es steckt auf jeden Fall deutlich mehr drin, als nur der Preis. Und hinsichtlich der zwei Prozent, wir wollen hier, wie gesagt, die Diskussion nicht aufmachen. Aber durch diese zwei Prozent ist es eben so, dass diejenigen, die einfach nur Geld, möglichst risikoarm, klassischerweise unter ihrer Matratze eben liegen lassen und sparen möchten, die werden damit letztlich in gewisser Form bestraft, weil das Geld eben nicht für sie arbeitet. Also es liegt einfach da und wenn Geld nur da liegt, verliert es eben an Wert, was schlecht ist für Sparer und gut für diejenigen, die Schulden aufnehmen. Aber wir wollen, wie gesagt, hier jetzt die Diskussion darüber, was möglicherweise besser oder schlechter ist, nicht führen. Ich habe es ja schon angesprochen, gleiche Rahmenbedingungen auf allen Teilen der Welt. Und das ist für mich immer wieder was, was ich gar nicht oft genug betonen kann. Jeder geht selbstverständlich davon aus, dass es vermutlich in anderen Teilen der Welt halbwegs ähnlich aussieht, wie bei einem selbst vor der Haustür. Natürlich wissen wir, dass es uns gut geht, aber wie der Zustand in anderen Regionen der Welt, das wissen wir einfach nicht. So ist es beispielsweise so, dass je nach Quelle 1,7 bis 2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu einem Bankkonto haben. Und es hat verschiedenste Ursachen. Möglicherweise ist es so, dass die nächste Bank einfach zu weit weg ist. Also es gibt einfach nicht in jedem Ort der Welt eine Bank, wo ich innerhalb von ein paar Minuten hinlaufen kann oder hinfahren kann. Oder aber ich selbst habe gar keinen Pass und kann mich nicht anmelden bei meiner Bank, weil ich mich nicht ausweisen kann. Und in Summe, wie gesagt, 1,7 bis 2 Milliarden Menschen. Das ist eine unfassbar große Zahl. Und diese Menschen sind eben ausgeschlossen aus dem klassischen Bankensystem. Und bei Bitcoin haben wir dieses Hindernis eben nicht. Bei Bitcoin kann wirklich jeder mitmachen. Es ist vollkommen egal, welche Religion ich habe, wo ich herkomme, welche Hautfarbe ich habe, welches Geschlecht ich habe, ob ich dick, dünn, groß, klein. Es ist vollkommen egal, was ich bin, wie ich bin, auch meine politische Gesinnung, alles egal. Jeder kann mitmachen, niemand wird ausgeschlossen. Und das ist eben unter dem Schlagwort finanzielle Inklusion für mich was, was eben essentiell ist für Bitcoin. Darüber hinaus kann Bitcoin auch wunderbar als Zahlungsnetzwerk genutzt werden. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie läuft denn eine Transaktion ab, also wie bekomme ich denn Geld von A nach B, haben wir mit unserem Bankensystem natürlich die Möglichkeit, eine Überweisung auszuführen. Aber die Leute, die diese Möglichkeit nicht haben, müssen letztlich schauen, dass sie irgendwie mit ihrem Geld in Form von Scheinern und Münzen von A nach B kommen. Das birgt natürlich gewisse Gefahren. Ich kann das Geld verlieren, das Geld kann mir abgenommen werden. Aber selbst wenn ich mit westlicher Brille auf diese Situation schaue, ist es eben so, dass es zum Teil so ist, dass Banküberweisungen einfach sehr lang gehen und teilweise exorbitante Gebühren anfallen. Innerhalb eines Landes kann ich Transaktionen, kann ich Überweisungen natürlich verhältnismäßig günstig oder teilweise sogar kostenlos ausführen. Auch innerhalb der Eurozone ist es noch relativ einfach möglich. Aber zum Teil erheben Banken schon Gebühren, wenn ich Überweisungen von Deutschland in die Schweiz senden möchte. Und die Schweiz ist nicht weit weg. Und ihr denkt es vermutlich oder ihr erwartet es vermutlich schon, das war natürlich noch nicht das Ende der Fadenstange. Es gibt Bereiche, da fallen Transaktionsgebühren von 15 bis 20 Prozent an. Und eine Banküberweisung ist in diesen Bereichen auch nicht von heute auf morgen da. Da kann es schon mal sein, dass eine Banktransaktion mehrere Stunden oder auch Tage in Anspruch nimmt. Das heißt, dieses klassische, traditionelle Bankensystem ist in Extrembereichen einfach nicht mehr zeitgemäß. Für mich passt es nicht zusammen, dass wir jetzt in das Jahr 2024 übergehen und ich teilweise mehrere Tage oder zumindest Stunden auf meine Transaktion warten muss. Und auf der anderen Seite Gebühren anfallen, die eben 15 bis 20 Prozent betragen. Das passt für mich einfach nicht mehr zur aktuellen Zeit. Und bei Bitcoin ist es so, Bitcoin ist schneller und auch günstiger, vor allem wenn wir das Lightning-Netzwerk benutzen. Da kommen wir nochmal in unserer letzten Folge drauf zu sprechen, zumindest rudimentär. Und selbst wenn man sagen würde, Bitcoin bietet mir persönlich nichts, ich möchte Bitcoin nicht halten, bietet Bitcoin eben die Möglichkeit, dass man Bitcoin ausschließlich als Zahlungsnetzwerk benutzt. Das heißt, ich kann am einen Ende der Welt meine Währung gegen Bitcoin tauschen, den Wert über die ganze Welt verschicken, innerhalb relativ kurzer Zeit für relativ wenige Gebühren und am anderen Ende der Welt Bitcoin zurücktauschen in die andere Landeswährung. Das heißt, Bitcoin ist wie gesagt schneller und Bitcoin ist günstiger und es ist grenzüberschreitend möglich. Und die Besonderheit dieser Transaktion ist dann final durchgeführt. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass diese irgendwie von einer Seite rückabgewickelt werden kann. Wenn die Transaktion in der Welt ist, ist die Transaktion in der Welt. Und dadurch, dass wir niemanden haben, der ja an der Türe steht, wie beispielsweise bei der Bank und sagt, du darfst mitmachen und du darfst nicht mitmachen, ist auch keine Zensur möglich. Also jeder kann letztlich Werte von A nach B schicken, wohin er möchte, wann er möchte. Bitcoin ist frei und wie man diese Freiheit jetzt bewertet, ob das ausschließlich gut ist oder ob es auch negative Aspekte gibt, ist jedem freigestellt. Aber vom Grundsatz her ist es meiner Auffassung nach gut, dass jeder mitmachen kann, jeder Mensch auf der Welt letztlich die Möglichkeit hat, an diesem Netzwerk zu partizipieren. Ja, das ist ja das Spannende gerade, weil die meisten bei Bitcoin an dieses Kapitalthema denken, was wir gerade am Anfang hatten. Aber dass dahinter halt eben noch ein Zahlungsnetzwerk steckt, unabhängig von dieser Knappheit, die wir angesprochen haben, die einen sehr, sehr großen Vorteil bietet, ist das Zahlungsnetzwerk echt sehr, sehr spannend, gerade im Alltag. Auch klar, wie du gesagt hast, wir beide als Deutsche werden das wahrscheinlich noch nicht so nutzen. Aber welche Möglichkeiten sich da ergeben, sind schon verrückt, weil, wie du gemeint hattest, diese Transaktionsgebühren, die, klar, im Europabereich noch relativ gut sind, meistens ja kostenlos sind. Aber wie du gesagt hast, so in Extremsituationen, gerade wenn es länderübergreifend geht, Beispiel von Deutschland nach Asien, das etwas zu überweisen, dauert sehr, sehr lange. Und es ist wirklich dann, wie du gesagt hast, diese 15, 20 Prozent sind schon sehr hoch angesetzt, aber sie sind nicht aus der Welt gegriffen. Und das ist halt das Verrückte dabei. Und dass man da eben sieht, dass dieses Bankensystem, was wir jetzt haben, 2024, und wir ja eigentlich aber global agieren, also auch wirtschaftlich global agieren, aber ein System haben, was immer noch gefühlt in den, keine Ahnung, wo auch immer noch hängen geblieben ist, ist schon verrückt. Und dass es so viel kostet und es gibt ja die Möglichkeiten, das umzuändern. Und da könnte eben Bitcoin eine Lösung bieten, wenn ich gerade eben auch größere Mengen an Vermögen oder Werten auf die andere Seite der Welt schicken möchte. Weil wie gesagt, Bitcoin interessiert erstens nicht, wer du bist, zweitens nicht, was du da hinschickst und vor allem auch nicht, wo du hinschickst. Dadurch, dass es digital ist, ist es so, wie wenn du eine E-Mail schickst. Ob ich die jetzt nach Tokio schicke oder nach New York, ist völlig egal. Und das ist das Spannende an Bitcoin und vor allem das Spannende an diesem Zahlungsnetzwerk. Und das verlieren die meisten eigentlich aus dem Blick, habe ich das Gefühl, oder sehen es erst gar nicht. Und deswegen ist es richtig cool, dass du das mal angesprochen hast, dass das Zahlungsnetzwerk ja auch vorhanden ist und dass da noch einiges kommen kann, was wir vielleicht auch im Alltag nutzen könnten irgendwann. Ja, auf jeden Fall. Im Alltag nutzen wir es noch nicht dahingehend, dass wir jetzt unsere täglichen Einkäufe mit Bitcoin bezahlen könnten oder müssen. Aber die Möglichkeit ist da und das ist halt das Faszinierende. Und für uns ist es halt so, dass es eine Art Zusatzmöglichkeit gibt, wenn man so möchte, ein Backup-System, also ein System, auf das man ausweichen kann, wenn das eigentliche Bezahlsystem nicht mehr funktioniert. Aber in anderen Teilen der Welt ist es halt so, dass dieses primäre System, das wir haben, nicht so stabil ist oder für alle erreichbar ist, wie wir es eben gewohnt sind. Und dort ist diese Backup-Lösung eine super Möglichkeit, meiner Meinung nach, eben alle Leute abzuholen. Ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, aber nur ganz eingeschränkt, ist die Tatsache, dass die Geldmenge in unserem Euro- oder Dollarsystem letztlich beliebig ausgeweitet werden kann und bei Bitcoin eben nicht. Sie haben es ja schon zwei, dreimal angesprochen. Die absolute Anzahl Bitcoins ist auf 21 Millionen begrenzt und ohne zu sehr ins Detail zu gehen, im Euro- oder Dollarsystem ist es schlicht nicht der Fall. Die Zentralbank, die EZB, kann letztlich unbegrenzt Zentralbankgeld in Form von Bargeld schöpfen und in Umlauf bringen und die Geldschöpfung aus dem Privatbanksektor, im Giralbanksektor, also dieses Giralbankgeld, was wir auf unserem Konto haben, ist noch wesentlich ausufernder. Wie gesagt, wir wollen nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wichtig ist eben uns hier folgendes. In unserem Schuldgeldsystem gibt es keine Begrenzung in der Form, wie wir sie bei Bitcoin haben. Es ist nicht so, dass man sich an irgendeiner Obergrenze als Zentralbanker messen müsste, was jetzt die Geldmenge selbst angeht. Genau. Dann würde ich sagen, sind das ja eigentlich die größten Punkte, die du angesprochen hast. Ich würde vielleicht ganz kurz die vier Größten nochmal zusammenfassen, wenn das für dich in Ordnung ist. Klar. Genau. Für mich ist, das ist wahrscheinlich für die meisten das Thema Kapitalanlage, eben, dass ich eine Rendite erziele, die über diesem Inflationsziel liegt meistens. Das ist für die meisten jetzt gerade der Fall vor allem. Oder eben, dass ich mein Geld überhaupt vermehre, dass ich in Zukunft, weil ich früher aufhören kann zu arbeiten oder früher in Rente kann oder eben einfach mehr Geld oder besser gesagt mehr Kaufkraft habe. Das zweite, was ich sehr wichtig finde, ist Inflationsschutz an sich. Ich möchte etwas haben, was möglicherweise weniger inflationiert, also eine geringe Inflation hat, als das, was wir im Eurosystem haben, also diese zwei Prozent und was drunter liegt. Da haben wir natürlich einerseits Gold. Gold liegt auch so bei knappe zwei Prozent pro Jahr als Inflation und Bitcoin wird eben immer weniger, sodass wir bald unter ein Prozent sogar liegen. Dann der dritte Punkt, den du angesprochen hast, den ich auch sehr spannend finde, ist das Zahlungsnetzwerk. Das heißt, wir hätten da eine völlig neue Möglichkeit, Dinge zu versenden weltweit und welche Auswirkungen das wiederum auf das alltägliche Leben von zum Beispiel Händlern hat oder auch für uns selbst, wie auch dem, welche Richtung das gehen könnte. Das ist natürlich eine andere Variante, da kann man sich deine Fantasie ein bisschen, ja, freien Lauf lassen. Und das vierte ist halt, glaube ich, dieses Thema Geldmengen, Ausweitergott, was ich gesagt habe, das Geld herstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Kann man Geld wirklich frisch herstellen? Kann man das wirklich aus dem Nichts herstellen, ist besser gesagt. Da kommen wir, glaube ich, dann in der nächsten Folge beim Thema Geldgeschichte noch ein bisschen dazu. Da schauen wir uns genauer an, was denn passiert, wenn man wirklich mal Geld nimmt und man plötzlich davon eigentlich unendlich viel herstellen kann. Und bei Bitcoin im Gegensatz dazu haben wir eben nur 21.000 oder 21.000 Millionen Bitcoin, die eben nicht hergestellt werden können, egal, was du machen möchtest. Und da hast du diese zwei komplette Gegensätze. Und das ist natürlich sehr interessant zu schauen, was da dann rauskommt. Und das würde ich mal sagen, sind die vier Punkte, warum man sich mit Bitcoin beschäftigen sollte. Und ich glaube, ja, das könnte schon ein Anreiz sein, dass man hoffentlich ein bisschen mehr aus nur dieses, den Preis im Kopf hat, sondern vielleicht ein bisschen mehr hinter Bitcoin schaut und denkt, ha, vielleicht gucke ich mir das nochmal, gibst du ihn genauer an? Genau, Bitcoin ist einfach viel mehr als diese Zahl, die immer wieder durch die Medien geistert, aber vollkommen legitim, dass man eben diesen Berührungspunkt als ersten hat. Aber der Wunsch von uns wäre es, dass ihr eben über diese Zahl hinausgeht und euch zumindest im Ausmaß unserer Einsteiger folgen, wo ihr noch acht weitere vor euch habt, mit Bitcoin auseinandersetzt. Genau, das war jetzt unsere zweite Folge, warum man sich mit Bitcoin beschäftigen sollte. In der nächsten Folge schauen wir uns mal an, wie Geld überhaupt entstanden ist und was überhaupt Geld ist. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr auf eurer Podcast-Plattform der Wahl uns eine Bewertung abgebt oder wenn ihr auf YouTube zuschaut, natürlich unseren Kanal folgt und diesem Video einen Daumen nach oben gebt. Und ansonsten, wie gesagt, in der Episodenbeschreibung findet ihr immer alle weiteren Informationen, weitere Episoden, wo ihr noch weiter reinhören könnt und auch weitere Artikel, wenn ihr euch interessiert, warum ihr sich mit Bitcoin beschäftigen solltet. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann gleich wieder zur dritten Folge. So sieht's aus. Dann bis gleich. Ciao. Bis gleich. Ciao. Ciao.